Das ist ein Bierkonzert von Pepsi, aber den sehen wir jetzt mit Jenny Frank. Viel Spaß dabei! Das ist ein Bierkonzert von Pepsi, aber das ist ein Bierkonzert von Pepsi, aber es ist eine Sache. Vielen Dank Jenny, Frank und Pepsi. Und danke auch an Sie fürs Zuschauen. Schön, dass Sie dabei waren. Danke an euch, danke an alle Kandidaten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.